hallo ihr lieben und herzlich willkommen auf dem youtube kanal von soundmagnet.eu auch heute möchte ich euch eine cd vorstellen und zwar das aktuelle dritte album der kölner progressive rocker von mrs kite. hier ist die cd in einem schönen jewel case. die öffne ich mal. da sieht man einmal den tonträger selbst. relativ unspektakulär gehalten aber die cd sieht man ja während des abspielens auch nicht. ich öffne mal das booklet. sehr schönes artwork. stimmungsvoll gehalten. schöne credits. und einmal die lyrics. sehr schön gefällt mir wirklich gut. das album selbst gefällt mir übrigens auch wirklich gut. sehr fein. auf der rückseite ist noch das übliche zu sehen. die die tracklist und album name und band name. und ja wie gesagt das album gefällt mir wirklich sehr gut. ein review davon seht ihr hier. stay magnetic.